Wollen wir uns kurz zusammenstellen für eine Anmoderation oder ist das... Vielleicht. Es wird überbewertet. Tim, du brauchst dich gerade nicht wirklich mit TNT, oder? Ich hätte so gefühlt, hätte jetzt irgendjemand nicht gespielt. Was ich gefunden habe, sind vier Blöcke und ein Schwerschuss. Wir würden vier Blöcke gegen fünf Sonnenblumen und ein Azubu tauschen. Können wir jetzt mal ganz kurz bitte eine Anmod machen? Das finde ich ziemlich umerotisch. Erotisch? Nein Tim, halt einmal, du kannst es nicht. Tim, wir zeugen noch was. Digga, kannst du mal deinen Autismus bei den An- und Abmoderationen sein lassen? Ich erwarte, dass ein Nein als Antwort kommt. Willkommen zu einer Runde Skywars zusammen mit Tim und mit Logi. Der Plan ist, dass Tim ausrasten wird und Logi ist dabei. Halt dein Maul, Tim! Schotter, schotter, verkleinert! Halt dein Maul! Digga, ich will zu sterben! Wir machen heute mal die Fortsetzung von doppelte POVs in Bad Wars. Wir machen heute dreifache POVs in Skywars. Und ich habe schon Gear Boots, also kann im Grunde genommen nichts mehr schief gehen. Ich finde es lustig, dass du es noch geschafft hast, deine Anmod fertig zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass du das heute noch schaffst. In Skywars hätte ich das... Vor allem hätte ich das in Skywars nicht gedacht. Naja, letzten Endes ist es irgendwie logisch vom Titel her, dass wir drei POVs haben und dreifache Arbeit. Achso, ganz kurz an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz anmerken. Ganz kurz, ganz kurz habe ich schon ganz kurz gesagt. Tim habe ich schon ganz kurz gesagt. Nein, nur ganz lang. Lolo ist da. Lolo ist da. In der Mitte. Äh, ja, in den Spielen. Nice. Genau das wollte ich wissen! Genau das! Ganz kurz, abonniert mich, btw, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um kein Content zu befassen. Und folgt mir auf Twitch, Insta und Twitter. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und folgt den beiden natürlich auch. Auf Twitch, weil da aktiv Streams kommen. Ich werde wahrscheinlich sowieso alles vergessen zu verlinken, aber falls ich daran denke, etwas zu verlinken, werde ich nur deinen Twitch verlinken und nicht deinen Twitter. Auf Ehre macht er einfach. Auf Ehre. Ich versuche daran zu denken, also von Loli den YouTube-Kanal und Twitter und Instagram zu verlinken. Twitter und Twitter. Würdet ihr dann mal in die Mitte kommen? Ich habe hier ein Leckerbissen für euch. Das sind noch mehr Spieler. Das sind noch mehr Spieler. Das ist ein Dreier-Team, wo du bist. Ich würde vielleicht mal abhauen. Achtung, Dead Rod. Junge, spiel doch jetzt nicht den Assi hier. Was erwartest du? Wir sind hier in Bad Wars. Erwurst 2. Erwurst 2. Erwurst 2. Erwurst oder? Lost. Erwurst 2. Erwurst 2. Erwurst 2. Erwurst 2. Was machst du denn? Du sprängst dich schon selbst. Ihr seid so geistig behindert. Nö. Aber hä? Ihr macht einfach gar nichts. Was soll der Scheiß? Ich hatte gesagt, der Plan ist, dass das Team ausrastet. Ich habe nichts dazu übersprochen. So, ich spiele jetzt allein mit Kaiwurst weiter. Gut, dann lass uns jetzt mal in den Himmelfahrtskommando machen, damit die Party mit Tim weitergeht. Moin. Moin. Also der Plan ist folgender. Wart hast du Blöcke, um uns zu stecken? Es sind vier Blöcke. Gut, ich habe etwas mehr. Komm. Gut, ich stecke mich hier etwas höher. Ja, ja, komm. Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt, oder? Ja, es fühlt sich an wie damals, als wir auf Philipp Amthors Antwort auf Rezo gewartet haben. Hey Rezo, du alter Zerstörer. Nein, 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 das stimmt jetzt nun wirklich nicht. Bei Philipp Amthor wussten wir, dass sie nicht kommen wird, weil sie scheiße ist, weil es fucking Philipp Amthor ist. Hallo, das ist schon da wieder. Ne, weißt du was? Ich lauf jetzt nach Hause und mach einen TNT-Boost. Äh, bist du? Tim, hättest du die TNTs vielleicht nicht noch etwas effektiver platzieren können? Ja. Schade. Ich habe zwei TNTs verloren. Tim, wie hättest du es gesagt? Ich habe zwei TNTs verloren. Du musst es so sehen, drei ist besser als zwei. Wollte mal anmerken, dass ich gerade einfach bei und poison habe, weil Chili gar nicht mal so scheiße ist. Ah, der Stuff kann sich sehen lassen. Ist etwa ohne uns? LOL, ich habe einen TNT-Boost gemacht ohne zu flängen. Genau. Junge, wieso lag ich so krass? Äh, weil du Tim bist? Ja, da haben sie recht. Ne, es ist... Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sowas damit zu tun hat, dass du Tim bist. Bist du überhaupt Tim? Doch nicht. Ich will mich jetzt nicht wirklich umpushen, oder? Die kommen, die kommen doch. Bis TNT, die geben dir den Tod. Wo, einen hast du? Ich habe einen gesuicited, das ist ein Erfolg. Und der andere hatte nur noch neuneinhalb Herzen, also habe ich den praktisch auch noch bekommen. Ich bin gerade noch unter. Wenn ich jetzt join, ziehst du mich raus. Tim, ich habe noch 24 Gigabyte, du joinst mal besser schnell. Erst, weil ich tot bin. Jetzt ist Tim tot. Ich bin tot. Okay. Alter, was ein Kack. Ich möchte anmerken, dass Rest seit knapp 900 Tagen nicht mehr unten war. Habt ihr auch Angst vorm Karma, Paul? Ne, mehr Angst vorm richtigen Paul. Ja, das kann ich an deiner Stelle etwas verstehen. Der würde dich wahrscheinlich mit einem Schlag K.O. bekommen. Ich suche jetzt mal das Texture Pack, was ich mir gerade gedownloadet habe. Let's go. Was ich finde, was ich persönlich finde, was auf meinem Kanal noch fehlt, ist eine Aufnahme mit 32 Leuten und dann mit 32 PUVs. Ich glaube, da würde mein MacBook etwas abkacken. Ich glaube, da würde nicht nur dein MacBook abkacken. Hast du noch? Ja, du. Nö. Ich glaube, für sowas bräuchte ich dann schon einen stabilen iMac Pro oder Mac Pro sogar. Vier, vier Schüler aus der Oberstufe möchten nur die Android-Version, diese Elf weiterentwickeln. Ihr Wahnsinn, warum nicht die iOS-Version? Wir sind die Bonzen-Schule. Hier gibt es nur Elf von uns. Ich habe gerade Geld bekommen. Du hast Geld bekommen. Ja. Du hast meinen Donation-Link, ne? Was? Ne. Achso, ja, aber ne. Achso, ja, aber ne. Tim 2020. Hat jemand eine Waffe für mich? Ich hätte dir ein Feuerzeug, könnte ich dir anbieten. Schwert. Was Waffenartiges gebraucht? Ein Schwert, ihr könnt euch drum flügelen. Hat jemand... So, ich bin auch wieder raus. Foto gefallen? Das war's dann mit dem Video, war super nett. Was ist das für ein Diamant? Nee. Nee. Ich schicke dir kurz ein Foto, was wie in meinem Texture Pack den Dias aussieht. Gibt's dazu auch ein Gegenstück? Junge, what the fuck? Der kommt auf so ne Idee. Ich muss auch sagen, ich finde die Runden hier absolut krass. Achso, wie wir erst fünf Minuten dastehen, nichts machen und dann uns irgendwann bewegen, um zu sterben. Aber der hat Eier, pass auf. Oh, der hat Eier, hallo. Der hat Eier, das bezweifle ich prinzipiell. Oh, der kommt, der kommt, pass auf. Können wir drüber auf... Die können wir drüber... Das war's mit dem... And we say bye bye! Ey, E-Gomme ist echt so ein Müll-Server. Nein, beschieben ist richtig. Dass man nicht angemdienend hand spawnt, um ein Cock-Web zu placen. Sondern, dass man so einen Kilometer weit weg spawnt, ist einfach dämlich. Und jetzt geht er weg, perfekt. Jetzt haut er einfach ab, die Pussy. Moin, Meister. Was finde ich jetzt etwas? Hat er sich, Achtung, Chloriemitte. Tschüssi. Oh, 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 pass auf. Moin, Meister. Kollege, es ist zehn vor zwei, ne? Das darfst du jetzt mal bitte nicht vergessen. Ich bin tot. Ich bin zehn vor tot. Ah, hab den. Oh Gott. Oh, lo, 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 lo. Hast du selten PvP, aber... Er hat Hunde. Er hat Hunde. Nee. Ah, scheiß Hunde, verdammt. Willst du die Hunde töten? Nee, ich töte ihn. Oh, pff, das war's. Schön. Einfach alle, alle gefetzt, was zur Hölle. Dass es zehn vor zwei ist? Nein, ich bin mir nur sicher, dass die Runde von Fistus Hathos präsentiert wurde. Also ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass Mini-Jan will, dass ich irgendeinen retardeten Real-Life-Mate von ihm auf Instagram anschreibe. Ich glaub's auch. Was? Das Eisen ist genauso. Was? Deer-Chestplate? Nehme ich, ja. Ähm, wenn irgendwer gute Schuhe für mich hat. Tim, hast du gute Schuhe für mich? Wunder Angel gecraftet zu sich. Bin ich eigentlich der Einzige, der die Mapp noch nicht kennt? Die Mapp ist mega alt. Nicht so mega mega alt, sondern nur mega alt. Tim, n***er sagt man nicht. Äh, hab ich das gar nicht, Mama. G- Kommt ihr mal in die Mütter? Das ist ein Treffer aus Team 4. Ich bin der Boss, genau. Hier hinterher. Eigentlich hab ich gerade Lust nicht mehr hinterher zu gehen, weil Tim irgendein Bullshit gelabert hat gerade. Äh, Lava. Du hast Lava. Oh, ich hab mir nen EP verworfen. Ja, äh, ich bin runtergefahren. Wait. Oh Gott. Ich hab grad... Ich bin einfach lost. Ja. Genauso. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ja, weil du Tim bist. Ich bin übrigens unten, Leute, ja? Ich bin... Ich hab grad gemerkt, dass hier ja Leute sind. Ja, komm, Wasser! Wasser! Ich wollte eigentlich den Kopfhörer mit dir versuchen, aber das ist sicher. Weißt du, das ist auf unsere... Okay, jetzt gibt's Stress. Ja? Geh davor! Boah! Achtung! Oh Gott, okay. Garten ist problematisch. Ne? Schillig. Was machst du? Geh doch noch zu uns! Das Spiel, der sneakt da und der andere ist da oben. Ja, jetzt gaben nicht alle... Oh ja. Rechts? Er hat irgendwer Healing. Wait, der ist unten. Ja, okay, der... Achtung! Oder so. Okay, du brauchst dich hoch und... Hab einen! Hab einen, Leute! Warte, ich geh auf den einen. Auff! Aber bringt mir nix. Auff! Uah, shit. Das könnte knapp werden bei mir. Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Oh, guck! Oh ja, okay. Ach, Lolo! Ich bin verbrannt, ich bin verbrannt! Äh, hast du nen Sharp-1-4-Schwert? Leute, Leute, pass auf, pass auf, pass auf! Oh, meine Fresse. Langsam gehen wir echt auf den Nerven. Okay, also ganz kurz, der Plan... Yo! Hä? Never! 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 Never im Leben! Never im Leben! Hier sehen sie Tim, der gerade gekettet ist. Ja, der... Fucking verarsche! Der Plan ist, dass Tim ausrasten wird? So, der Plan ist eigentlich jetzt gar nicht mehr richtig zu spielen, sondern jetzt nur nen TNT-Boost zu machen und dann die Aufnahme zu beenden. Vor allem, wie er sagt so, wir machen TNT-Boost, nur um nicht einfach schon in der Mitte. Beim TNT-Boost kommt's nicht an, in die Mitte zu kommen, sondern darauf zu verwecken. Ich hab Eier. Ich hab Eier. Chill doch mal, alle TNT, ne? Geh immer durch, atme, bevor man atmet. Machen wir jetzt unseren TNT-Boost? Ja. Nein? Nein? Weil, ja. Ich hol mir mal den Links, den Keks oder so. Ah, ja, ja. Boah, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Hey, komm da weg. Das Problem bei dem Typen ist, er macht halt Waterfight. Schön. Komm. Ab ein. Gut, da. Ja. Jo, wie ein Ausnehm. Ah! Okay. Ja, die EP müsste ankommen. Ja, EP ist ankommen. Oh, da hat Präsenz. Ähm, Nick, ich brauch... ich bin tot. Und jetzt stauben die so absolut eklig ab. Ja, ich bin fast tot. Ja, ich bin auch nicht tot. Ich bin tot. Wohl, aber... Hiervon schnell. Na gut, dann machen wir jetzt den TNT-Boost. Ich möchte anmerken, dass mir Jan eigentlich noch einen Monat Supreme... Ne, drei Monate Supreme und einen Monat Premium schuldet. Hab ihr. Ja, zum Glück. Kannst du dich noch dran erinnern, oder? Ja, natürlich. Und ein Alex, der wahrscheinlich ein Nick ist. Drei, zwei, eins. Meins. Das Traurige ist, dass ich vielen Leuten, die auf Gommisch-Spielen zu trauen würden, dass sie das ernst meinen. Dann machen wir sofort den Boost. Sobald die Schutzzeit hat. Gut, ich hab nix zum MLG. Ja, komm her. Nein, ich glaub das war's Tim, die Idee, die Tim, oder? Ja, nein, mit Boot dachte ich. Mit Boot? Das ist... ja. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, actually. Gut, dann stell dich da vorne hin. Okay, war klapp. Seid ihr bereit? Ja, ja, ja. Sind wir bereit? Ich bin bereit. Was hinkriegen? Ja, ne, ich bin dort. Ich bin so... Ja, ich bin auch geflaggt. Ich hab den Links aber geschafft, immerhin. Achso, ich lebe noch? Nur wegen meiner EP? Ja. Oh, die sind Spieler, Tim, ja. Ich hab ne Deer-Arts gefunden. Der Typ macht mir viel zu viel Schaden. Irgendwie fährt sie mit einem Hit. Er ist auch... Er ist auch für... Für dir und... Er ist dort erstellen. Jetzt hört er auf, dich zu verfolgen. Bin ich nicht? Ich lebe noch. Der Typ ist shit da unten im Wasser. Kommt hoffentlich gleich Schaden. Das ne, so schnell geht das nicht. Hey, wo kam er denn jetzt her? Mecker. Kommt von hinten. Gesehen? Ich hab ja auf den Weg geschaut, ob er zu mir läuft, aber er war nicht da. Der Hähnchen schmeckt nach Hähnchen. Ja, 24 Minuten sind 24 Minuten, Digga. Jetzt hab ich meine Soßen bekommen. Ich merk grad, ich nehm als Bildschirmaufnahme nicht alles. Nur ingame auf. Das ist eigentlich ziemlich Wayne. Oh, komm. Uh. Warum schaff ich das jetzt? Normalerweise schaff ich sowas nie. Ich hab nix zu essen. So hart verrecken. Ich esse gerade meine Hähnchenpommes. Kannst du mir ingame ne Hähnchenpommes abgeben? Ja, ich kann mir mein Mikro reinschieben. Die Frage ist, schreibe ich jetzt dafür in den Titel Food ASMR? Ich hab gerade mit meinen Nägeln im Mikro gekratzt. Gut, dann schreibe ich nur ASMR. Paul, und ich hatte mal den Insider, dass wir sowas auch gemacht haben. Und am Ende, irgendwann hatte ich Keksstückchen in meinem Mikrogewebe. Nehm mal den Incharta mit. Spaß an und Freude. Nur noch ein Zweierteam ist jetzt da. Et, ah, habt ihr Essen? Kannst versuchen. Yo! Das war das jetzt. Seit wann hast du eigentlich weiße Haare? Äh... Ne Frage. Wenn es euch gefallen hat, zeigst es mir noch gerne mit nem Like, nem Kommi und nem Abo. Aktiviert die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Folgt mir auf Twitch, Instagram und Twitter auf jeden Fall. Folgt den beiden auch. Ich versuche dran zu denken, es zu verlinken. Lorie gibt mir recht. Lorie gibt mir recht. Denk ich nicht dran, aber ich versuche dran zu denken. Lolo, seit wann hast du eigentlich einen Spitzhack im Kopf? Ist doch schön. Sieht ungesund aus. Ne. Keine Ahnung, der hat mir irgendjemand da reingeschlagen und ich hab nix gespürt und strax hier einfach seitdem rum. Ey, jetzt mach ich ne Abendmoderation mit zwei Leuten, die Autismus haben oder wie. Tim, willst du noch was sagen? Morgen. Lorie, willst du noch was sagen? Gute Nacht. Tim, willst du noch was sagen? Ne. Na doch. Will irgendjemand für mich morgen arbeiten gehen? Computer sagt nein. Lorie, willst du noch was sagen? Äh... Da geb ich dir auf jeden Fall recht. Ist alles gesagt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, zeigst es mir gerne mit nem Like und nem netten Kommentar. Schreibt mir, welche Szene ihr am besten fand. Teilt den Stuff gerne, um mich zu supporten, würde mich freuen. Boah, ich bin hier gerade legit mit zwei Autisten in der Lobby. Boah, Tim, kannst du mal noch arbeiten? Ach, er ist back in the middle of the life. Genau. Soll ich jetzt meine Aufnahme wenden, oder? Das ist halt die Frage der Fragen. Na, Aufnahme ist halt immer noch da. Wenn die Frage der Fragen ne Frage ist, ob die Frage der Fragen ne Frage ist... Dem hat dir schon mal jemand gesagt, der jetzt zu deinem Augen halten sollst. Ob die Frage ne Frage ne Frage ist... Nick, was ist deine Meinung dazu? Deutschländer. Ich glaube, keiner steht, die du nicht selbst gefälscht hast. Dankeschön. Tim, willst du noch was sagen? Nick, willst du noch was sagen? Gerade zwei Leute, die in meinem FOV stehen, weil ich fünf bin. Tim, wärst du so freundlich, dich mal kurz zu verpissen? Nein, 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 ich kann grad nicht. So, jetzt auf. Guten Tag. Die Hähnchenpommes sind so geil. Gut, dann denk dran, folgt mir auf meinen anderen Socials, folgt den beiden unbedingt auf ihren Socials. Ich werd alles, woran ich denke unten verlinken, sprich gar nichts. Genau. Jetzt noch was für Lori auf, also schaut unbedingt bei ihr vorbei. Was? Ich hab's grade so bestimmt. Wenn ich Stimme dann ist das so. Hä, wieso stand ich grad eben nicht mehr im Spawn? Äh, weil du Tim bist? Aber ich bin noch nicht weggelaufen. Könnte halt extra in 20 Minuten Postroll dieses Video werden. Äh, meine geht 41. Na gut, dann wie gesagt. Bis dahin. Ciao. Tim, willst du noch was sagen? Nein. Du hast noch 600 MB frei. Lückt mich absolut gar nicht. Lori, willst du noch was sagen? Wichtiger ist es alleine 600 MB. Da hast du voll und ganz recht. Du hast du auch ein trip. Du hast du nicht die, die ich nicht so�ed, die ich und nicht so wie ich auf jeden Fall. Im Klienten, tre� stetsche. Du hast du nicht mehr als einen Tag. Vielen Dank.